Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Rain Oh, ich muss ja noch mal raus aus unserer Behausung Es ist inzwischen wieder ein bisschen heller geworden, weil ich ja mal ein bisschen Pause mache im Hauptmenü Und deswegen haben wir auch wieder ein ganz kleines bisschen Hunger Ich hoffe nur wir können... Alter, hier sieht's so schäbig aus Und jetzt liegen ja über die Leichen rum Da liegt ne Leiche Aus irgendeinem Grund liegt da auch ne Leiche, ich weiß überhaupt gar nicht warum Ich hab da niemanden umgebracht und jetzt liegen ja einfach Leichen rum So Wir haben doch letzte Nacht Bäume gefällt, wo sind die denn hin? Da ist ein Baum... Wie kommt der denn da hinten hin eigentlich? Hier verstehe ich ja, aber wie kommt denn der Baum schon da hinten hin? Wieso rollt denn der so komisch? So, mal ein bisschen... Einkleistern, damit wir ihn ja nicht gesehen werden Alter, das Wetter hier ist so schäbig Seit dem Patch habe ich das Gefühl, regnet es nur noch Nur noch Das ist nicht... Ja, und die Vögel stehen immer noch in der Luft So, den haben wir fertig Und hier hätte ich gerne... Ehrlich gesagt... Das ist so... Das ist doch irgendwie blöd Gut Kann ich da jetzt nix mehr o... Hä? Ich konnte doch da oben drauf bauen Warum geht das nicht mehr? Das ist auch sehr merkwürdig Ich wollte doch da ne Treppe hochbauen und so weiter Nee, das spare ich mir für nächstes Mal auf Das mach ich nicht jetzt Wenn ich jetzt... Oh! Mist! Wenn ich jetzt wieder zu viele Baustellen anfange Dann... Kann ich ja keine richtigen Safe-Games machen Weil die Baustellen ja immer verschwinden, wiesste Mann, bleib doch mal stehen Alte Rüstung Rüstung! Und Essen Rüstung! Rüstung! Huch! Boah, Alter, ist es so... Weil's hier immer so schäbig dunkel ist, sieht man die gar nicht mal so richtig gut Rüstung! Oh, Kinderrutsche Also, wenn man ein... Kind mit abgezogener Haut da runter schlittern lässt, natürlich So, da drüben seh ich einen Holzbalken Den stopp ich mir auch mal und mach das letzte Gemüsebeet fertig Hier ist so langsam alles sehr kahl geworden Ich frage mich, wie das wohl nach dem Laden aussieht Ob dann hier überhaupt noch irgendwas übrig ist, natürlich So, das ist fertig Hier könnten wir uns theoretisch bedienen, wenn es denn ginge Denn irgendwie geht es nicht und ich weiß nicht warum So, wir brauchen auf jeden Fall irgendwas mit einer Ebene Das hier scheint alles nicht zu funktionieren Am Hangbauen ist schäbig Hm Ich würde gern da unten auch was hinbauen Hier hinbauen, weiß ich gar nicht Kann ich nicht etwa, wenn ich... Ich weiß nicht, ob das geht Einfach nur damit es ein bisschen besser aussieht als jetzt Einfach nur damit es ein bisschen besser aussieht als jetzt Da was drunter bauen geht nicht, ne? Hö! Ascheloche, 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 Ascheloche Ascheloche, Ascheloche, Ascheloche Lässt ihr mich in Ruhe Kühö! Wo kam der denn jetzt her? Ganz merkwürdig, ist auf einmal da gewesen Ist ja nicht das erste Mal Ich frag mich dann immer, wo die herkommen Vielleicht von da oben aus den Bäumen Ich mein, jetzt können wir theoretisch mal langsam versuchen wieder so ein großes Effigy zu bauen Arm-Effigy ist auch schön Sieben Arme brauchen wir dafür Über sieben Arme musst du gehen Huch! Ich hab schon sieben Arme dran gemacht Keine Ahnung, wo ich die her habe So! Macht sich auch sehr gut, muss man sagen Macht sich sehr gut Die Hände zum Himmel Drum lasst uns fröhlich sein Guck mal wer da hinten kommt Glaube ich Die stehen da einfach nur so Und ich frage mich, ob wir zu der Insel kommen, weil da könnte man super ein Haus machen Aber wir müssten immer überall hinschwimmen Weil ich glaube nicht, dass man Brücken bauen kann Und wenn, dann wärs cool Boah das mit dem fliegenden Zeug sieht ja so doof aus Ich find das ganze Lager Da hinten kann man schön was reinbauen Aber das alles was davor gebaut ist mit dem Abhangen Find ich irgendwie doof Das mag ich gar nicht mehr leiden Ich mag da auch gar nicht mehr weiterbauen ehrlich gesagt Weil das so schäbig aussieht jetzt Hm Aber ich mag mir gerne Rüstung holen Äh Ich meinte Rüstung Hallo Willst du mich verarschen? Geht der einfach durch? Wieso kann ich da nicht einfach durchgehen? Und wieso hat der Typ immer so schnell Hunger? Das gibt's doch gar nicht Ja ja ist ja gut So hier bitteschön Ich hab das Gefühl wir laufen ihm nur noch hinterher um irgendwas zu essen zu machen Idee der Folge Ah So da haben wir jetzt was eingepflanzt Hier nicht Hm komisch So komm mach ein bisschen Dampf auf den Kessel und dann happer Und wir wurden offenbar getroffen Mach ich die Rüstung mal wieder ein bisschen dicht Boah das ist schlimm ich mag hier echt gar nicht weiterbauen Weil das so schäbig aussieht hier mit dem in der Luft schweben Hm Doppel Hey Rüstung na Wie geht's Ah so Lizardfleisch können wir auch wieder mitnehmen Was wir mal machen können ist natürlich Das können wir immer machen Furniture Was haben wir da? Eine Woodbench Die können wir vielleicht mal machen Aber ob die was bringt ich glaube eher nicht Vor allem wo soll ich die denn hin machen zum Sitzen Wo möchte man denn sitzen? Vielleicht hier im Garten So zwei Loks benötigt die Okay Das kriege ich gerade noch so hin In unserem wunderschönen Garten Unseres traumhaften Hauses Unsere Villa sozusagen In Südlage Ist einfach ein Traum Achso ich dachte da steht einer Aber das ist wieder nur so'n Ding von denen Ha Bisschen Einschlamm Dann sehen wir uns nicht so schnell Sollten denn hier welche in der Nähe sein Ist das da unten ein Teich? Ich glaube fast ja Äh wo muss ich hin? Da Na toll es gibt natürlich nur noch einen Baumstamm und keine zwei mehr Obwohl Warte mal Der da oben hat schon despawned glaube ich Scheiße Naja dann wollen wir mal Zwei Baumstämme soll ja jetzt Kein Problem sein Ich frage mich ehrlich gesagt Wie viele Einwohner Oder wie viele Ureinwohner es hier auch gibt die Die patrouillieren Oder spawnen da immer neue Ich glaube am Anfang war es so Dass man tatsächlich alle besiegen konnte Aber so habe ich momentan das Gefühl Dass immer wieder neue spawnen Vor allen Dingen als wir das eine Mal im Lager waren Und plötzlich neue spawnen Da kam mir der Gedanke dass eventuell neue spawnen Als ich direkt daneben stand als es passierte Sicher bin ich mir aber nicht Vielleicht waren das ja irgendwelche die dahin gespawnt sind von irgendwo So eine tolle Woodbench ich weiß gar nicht wozu die gut ist Ich glaube benutzen kann man die eh nicht die ist einfach nur so Damit es ein bisschen nach was aussieht Naja So Äh Custom Building Defensive Wall So So da nochmal rein Dann können wir die Seite zubauen Es sieht sogar so hässlich aus Ich will da gar nicht bauen Eigentlich verdammt Dann bau doch woanders Ja schon Aber ich will auch nicht weg Aber ich will auch nicht hier Aber ich will bei Ich weiß nicht was ich will Ich bin unentschlossen Lass mich das meine feminine Seite So Ich will alles und gar nichts davon So ist das nämlich Na Ah ein Fackelmann Hohohohoho Na der dreht aber auf Dudu auf großer Fahrt So So Hohohohohohoho Vollidiot Spring doch Spring doch Ich hoffe der hat eine gute Sonnenlotion aufgetragen Aber offenbar Nicht stark genug Wie hier über die Leichen rumliegen einfach So Jetzt haben wir den Baum wieder nicht zu Ende gefällt Und wir sind natürlich wieder in Blut gecovert Naja Was auch sonst So Die müssten uns ja eh hassen Weil wir langsam die ganze Insel abholzen hier Ich frage mich wie die ihre Hütten gebaut haben Denn es gibt ja nirgends sonst Baumstümpfe Außer bei uns So Ich holz hier einfach mal alles weg Was nicht nur da gefasst ist Sammeln können wir es ja wieder hinterher So So Na komm Ah und das war der Baum den wir gerade gemacht haben So So ich hau hier einfach mal alle weg Dann können wir gleich zwei Mauern machen Nicht nur eine einzige Hier Die Hände zum Himmel kommt Lasst uns fröhlich sein Lalalala Lalalala Hoi ich kann auch so springen Fehlt nur noch die Fackel in der Hand So So Eins, zwei Und weißt du was Dann mach ich nochmal eine Defensive Wall Die setzt sich dann mal Äh Hier so hin Ich weiß es gar nicht So So damit es noch ein bisschen beschissener Uah Beschissener aussieht Und eigentlich könnte ich dann da noch eine hinsetzen Sicher ist sicher So bevor ich jetzt weiß esse Geh ich mich mal ganz kurz abwaschen Damit ich das Blut runter habe Pling ploing Jo Da hinten kommen sie schon wieder Und ich habe keine Ausdauer zum Wegrennen Ich hoffe die sehen mich nicht Ihr seht mich nicht Dähdet Dähdet Zum Glück ist eine Schlammpfütze hier unten Eine Schlammpfütze unter Wasser ist immer praktisch So So kann man immer Ingo bleiben Ingo Knito So Die folgen nicht und wir Brutzeln uns erstmal was köstliches zusammen Bevor wir dann die restlichen Wände aufstellen Und es scheint so als würden die Beete jetzt schneller wachsen als vorher Was vielleicht daran liegt dass es hier nur regnet Also Bewässerung ist super Guck mal hier Cool Da wächst jetzt irgendwas anderes Was kleineres So Lalalalalalalalalalalala 느z so lecker happa und weißt du was so! ich möchte jetzt nämlich mal bauen und bisschen meine Ruhe haben Also ist dann mal Schluss mit lustig, Freunde. Hallo? Ah. So, kann ein bisschen dauern, weil wir jetzt immer wieder reinlaufen müssen und keinen Nebeneingang haben. Es ist nicht schön, aber zweckmäßig. Wie mein Gesicht. So. Sonst ist da niemand. Ich würde mich freuen, wenn ich... Ich würde mich freuen, wenn ich das jetzt noch zu Ende kriegen würde, beide Wände. Zu Ende kriegen würde? Ist das richtig? Ja, ne? Hopsa. Die Hände zum Himmel kommt, lasst uns fröhlich sein. Ich sehe... einen Scheiß, da. So, das ist fertig. Hier brennt sowieso nix. So, dann mache ich hier auch nochmal. Hallo? So. Dann sehe ich, finde ich, ist ein bisschen was. La, 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 la. Wie schnell es hier immer dunkel wird, verdammt. Und vor allen Dingen, das liegt natürlich auch daran, dass es immer regnet. Immer. Es regnet immer. Immer regnet es. Immer. Man könnte meinen, wir sind hier in den schottischen Highlands gelandet. Oder sonst irgendwas. Aber mal ehrlich, ich habe doch nicht nur einfach Pech mit dem Wetter. Das muss doch im Spiel liegen. Wer kann denn hier irgendwie sechs Tage? Oder wie lange wir jetzt überlebt haben? Vielleicht sogar schon länger. Wer kann denn da einfach... ...wirklich jeden einzelnen Tag nur Regen haben? Hallo? Ja. Da kommt die Antwort auch schon prompt. Ich meine, die Programmierer müssen ja irgendwas wie ne Chance eingebaut haben, dass das Wetter wechselt oder sich ändert. Da kann man ja so 50-50 machen, aber... Das ist doch jetzt alles sehr übertrieben. Hallo? Ich würde gerne das Feuer anmachen. So. Einfach nur, damit ich irgendwas sehe. So. Wird nicht lange halten. Aber wir brauchen eh nur noch zwei Baumstämme. Ich hoffe, die kriegen wir noch. Ohne gesehen zu werden. Boah, was für ein Mistwetter einfach nur. So, das Effigie ist jetzt auch aus. Und fertig. Juhu! So. So. You're cold and wet. Build a fire to dry. Haben wir grad gemacht. Und weißt du was? Bei dem Pisswetter... Da hau ich mich... Ich nehm den Stick und hau mich einfach mal... ...ein bisschen aufs Ohr. Meine Fresse. Was für ein Ekelwetter. Mhhh... 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 Uah... Unglaublich. So, weißt du was? Bei dem Wetter... Geh ich einfach nicht vor die Tür. Da bleib ich einfach nur hier hocken. Äh... Bleib ich einfach nur hier hocken. Kann ich den Zweig hier eigentlich mal rausnehmen? Nee, ne? Das geht glaube ich gar nicht. Naja. Ich bleib hier hocken. Und... Bleib sogar bei einer vernünftigen Folgenlänge. Ich freu mich! Oh. Ja, das war... Die Folge Forest für heute. Und wir haben eigentlich gar nicht so viele geschafft. Sind dafür aber auf einer normalen Länge sitzen geblieben. Und aus Versehen habe ich das Spiel gerade abgeschossen. Beziehungsweise die Aufnahme. Deswegen... Werde ich auch die Aufnahme für heute beenden, glaube ich. Das war jetzt alles eine einzige Session. Und ähm... Ich bin gespannt, ob wir in der nächsten Folge mit diesem Spiel schon weiterspielen können. Gespeichert haben wir ja. Im Regen, natürlich. Und äh... Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann wird sich zeigen, ob wir eventuell... Also wenn wir dann wieder von vorne anfangen müssen, dann macht es ja eigentlich wenig Sinn inzwischen. Oder... Vielleicht wurde das Safe-Game gepatcht. Ich weiß es nicht. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Hier steht inzwischen wieder Hungry, find something to eat. Da freu ich mich natürlich sehr. Äh... Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und schreibt doch mal bitte in die Kommentare, ob wir jetzt bei unserer jetzigen Behausung bleiben sollen. Oder ob wir vielleicht doch was andere... Irgendwas anderes... Irgendwo anders aufbauen wollen. Wo es vielleicht schöner ist. Ja. Ich glaube... Für heute reicht's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss! Rund 4 Rund 5 drowns Untertitelung. BR 2018